Nachdem wir uns im letzten Video bereits die RTX 4090 angesehen haben und auf absolut beeindruckende Benchmark-Ergebnisse gekommen sind, habe ich mich noch ein bisschen ans Feintuning gemacht und wollte einfach mal wissen, was man mit Undervolting noch so rausholen kann. Selbst im Werkzustand benötigt die Karte nur selten die vollen 450 Watt. Beim normalen Gaming sind es je nach Spiel im Durchschnitt eher zwischen 360 und vielleicht 420 Watt. Aber wie wäre es zum Beispiel mit der exakt identischen Leistung bei 60 bis 70 Watt weniger? Was da genau möglich ist und wie es funktioniert, erfahrt ihr nach dem Intro und einem kurzen Spot. Viel Spaß dabei! Das heutige Video wird von der neuen Corsair K100R Wireless unterstützt, die aktuell flachste mechanische Gaming-Tastatur auf dem Markt. Mit der geringen Dicke von maximal 17mm und dem hochwertigen Gehäuse mit Alu-Oberfläche wirkt die K100R super edel und macht auf dem Schreibtisch eine richtig gute Figur. Die geringe Höhe wird durch die Sherry MX Ultra Low Profile Schalter ermöglicht und die liefern ein hervorragendes Tippgefühl, vor allem beim Schreiben von längeren Texten macht das richtig Spaß. Der Akku hält mit RGB-Beleuchtung gute 50 Stunden, ohne Beleuchtung sogar bis zu 200 Stunden und auch sonst ist technisch alles an Bord, was man sich so wünschen kann. Kabellos bis zu 2000 Hz, kabelgebunden per Exen Hyper-Processing-Technology bis zu 8000 Hz, Makro-Tasten, Onboard-Speicher, Multi-Device-Feature und so weiter. Alle Infos findet ihr in der Videobeschreibung, schaut direkt mal rein. Auch wenn eine angegebene TGP von 450 Watt erstmal recht viel ist, muss man schon sagen, dass die RTX 4090 bzw. allgemein die neue Ada Lovelace-Architektur ziemlich effizient ist. Bei meinen Benchmarks war die 4090 Gaming OC durchgehend etwas sparsamer als meine 3090 Ti Waterforce. Gleichzeitig leistet die 4090 aber natürlich auch deutlich mehr, sodass sich die Performance pro Watt nahezu verdoppelt hat. Da ist aber trotzdem noch Spielraum vorhanden und meine ersten Undervolting-Versuche haben mich direkt so überrascht, dass ich unbedingt noch ein separates Video dazu machen wollte. Ich mache die Einstellungen mit dem MSI Afterburner, da das meiner Meinung nach die beste und zuverlässigste Software für sowas ist. Außerdem wird RTSS direkt mit installiert, sodass wir uns im Spiel diese ganzen Werte anzeigen lassen können. Nachdem man etwas an den Settings geändert hat, muss man natürlich schauen, ob das Ganze stabil läuft. Das kann man zum Beispiel mit einem Benchmark wie 3DMark Timespy oder aber mit einem anspruchsvollen Spiel machen. Für das finale Testing bietet sich definitiv beides an, einfach nur um wirklich sicher zu gehen, dass es später zu keinen Abstürzen kommt. Wichtig zu erwähnen ist noch, dass die gleichgezeigten Werte so nur auf mein Exemplar dieser Grafikkarte zutreffen. Jeder Grafikchip verhält sich etwas anders und hat unterschiedlich große Reserven. Wenn ihr das Ganze nachmacht, könnt ihr vielleicht sogar auf etwas bessere Ergebnisse kommen, vielleicht aber eben auch auf schlechtere. Das ist Glückssache. Unsere Ausgangslage sieht wie folgt aus. In Shadow of the Tomb Raider werden in Ultra HD mit dem Ultrahoch-Preset durchschnittlich 184 FPS erreicht, während das Minimum bei 156 FPS lag. Die Leistungsaufnahme betrug maximal 440 Watt, wobei sich der Durchschnitt während des Benchmarks weit darunter befand. Realistisch sind ungefähr 400 bis 420 Watt. Die Temperatur lag bei maximal 60 Grad und der Hotspot kam auf knapp 69 Grad, während die Lüfter mit bis zu 1660 RPM gedreht haben. So, eine Menge Zahlen, aber die brauchen wir für einen anständigen Vorher-Nachher-Vergleich. Die erste Möglichkeit, um alle Werte nach unten zu kriegen, ist das Heruntersetzen des Power-Targets. Das ist gleichzeitig auch die mit Abstand einfachste Variante, weil ihr euch keine Gedanken um eine mögliche Instabilität machen müsst. Die Karte regelt alles von alleine. Das bedeutet allerdings auch, dass ihr dann nicht mehr viel feintunen könnt. Ihr stellt das Power-Target einfach auf den gewünschten Wert und schaut dann, was dabei rauskommt. Man kann zwar noch ein bisschen über den GPU oder Speichertakt rausholen, aber hat eben nicht die Möglichkeit, genaue Taktraten bzw. Spannungen einzustellen. Mit 90% Power-Target tut sich nicht allzu viel. Ca. 1 FPS weniger, 1-2 Grad kühler und bei der maximalen Leistungsaufnahme immerhin fast 40 Watt weniger. Durchschnittlich reden wir aber eher über 15-20 Watt. Bei 80% passiert schon etwas mehr. Zwar verlieren wir durchschnittlich 6 FPS, dafür verbraucht die Karte aber nun nur noch 355 bis 360 Watt, sprich grob 60 Watt weniger als Stock. Die Temperaturen sind gute 5 Grad niedriger und die Lüfter drehen nur noch mit 1450 RPM. Das ist ungefähr das Minimum, was möglich ist. 60 Watt für 6 FPS, das ist eine ziemlich faire Sache, würde ich sagen. Vor allem für gefühlte 3 Klicks. Gehen wir noch weiter runter, wird der Leistungsverlust schon ein gutes Stück größer, auch wenn wir nach wie vor ordentlich Strom sparen. Bei 60% Power-Target haben wir zum Beispiel nur noch 158 FPS, also gute 15% weniger. Die Leistungsaufnahme ist nun allerdings auf unfassbar niedrige 265 bis 270 Watt gesunken. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 15% weniger Performance bei 35% geringerem Verbrauch. Ich persönlich an der Volte lieber über den Curve-Editor, weil wir damit einfach umfangreichere Einstellungsmöglichkeiten haben und auch auf noch bessere Ergebnisse kommen können. Zuerst wollte ich mal schauen, was wir einsparen können, ohne dabei auch nur ein bisschen Leistung zu verlieren. Denn das ist bei solchen Videos von vielen Leuten immer die Kritik. Ich kaufe mir doch keine 4090, um dann Leistung liegen zu lassen. Verstehe ich und daher zeige ich euch ja auch verschiedene Ansätze. Meine Karte boostet konstant auf 2760 MHz. Das heißt, wir müssen jetzt einfach nur noch schauen, welche Spannung wir dafür mindestens benötigen. Stock lagen bis zu 1,05 Volt an. Man nimmt sich erstmal den höchsten Punkt der Kurve, hält Shift gedrückt und zieht alles ein gutes Stück nach unten. Dann fangt ihr bei einer Spannung an, zum Beispiel 1 Volt oder 950 Millivolt und zieht den Regler auf die gewünschten 2760 MHz hoch. Abspeichern und ausprobieren. Läuft alles stabil, funktionieren die 2760 MHz vielleicht auch mit einer noch niedrigeren Spannung. Kommt es zu einem Absturz, müsst ihr hingegen eine etwas höhere Spannung verwenden oder halt den Takt etwas senken. Ich habe mich langsam rangetastet und immer wieder den Benchmark laufen lassen, bis ich dann bei 935 Millivolt hängen geblieben bin. Das heißt, bei dieser Spannung war es ohne Absturze möglich, die gleichen konstanten 2760 MHz hinzukriegen. Es gibt dabei allerdings eine etwas merkwürdige Sache, die in der Vergangenheit anders war. Wenn mit Werkseinstellungen ein Takt anliegt und ich diesen exakt beim Undervolting einstelle, müsste eigentlich die identische Leistung herauskommen. Aus irgendeinem Grund wird hierbei allerdings der GPU-Video-Takt etwas runtergesetzt, weshalb man mehr GPU-Boost-Takt braucht, um dann wirklich auf die gleiche Leistung zu kommen. Stelle ich also 2760 MHz ein, habe ich einen kleinen Leistungsverlust von im Durchschnitt 2 FPS, also nicht unbedingt der Rede wert. Gehe ich nun aber auf 2775 MHz hoch, wobei 950 Millivolt nötig waren, kommt in diesem Fall wieder der gleiche Wert heraus. Für besonders problematisch halte ich das Ganze eigentlich nicht, aber ich kenne ehrlicherweise auch nicht genau den Grund, weshalb hier überhaupt eingegriffen wird. Aber weiter mit der Auswertung. Die FPS-Rate ist nun identisch mit dem Ausgangswert, selbst die Minimum-FPS sind gleich. Erneut sparen wir uns 3-4 Grad bei den Temperaturen und so 100 RPM Lüfterdrehzahl. Die Leistungsaufnahme ist von maximal 440 Watt, allerdings auf 386 Watt gesunken und ingame haben wir einen Durchschnitt von ca. 360 Watt, statt zuvor 415 bis 420 Watt. Wir bewegen uns also von der Leistungsaufnahme auf dem Niveau vom 80% Power-Target, haben aber dabei keinen Leistungsverlust. Diese Mini-Abstufung auf 2760 MHz bei 935 Millivolt, mit der ihr ca. 1 FPS verliert, spart übrigens direkt nochmal 10 bis 15 Watt ein. Bei dem Setting liegt man im Durchschnitt also 70 bis 75 Watt unter der Werkseinstellung. Und das für einen Unterschied, den ihr niemals bemerken könnt. Selbst wenn ihr euch dauerhaft die FPS-Rate einblendet, kann mir niemand erzählen, dass einem der Unterschied auffällt. Für mich persönlich ist das das perfekte Setting, eine extrem performante 4090, die sehr kühl, sehr leise und im Verhältnis super effizient läuft. Die Leistungsaufnahme bei Shadow of the Tomb Raider ist übrigens generell relativ hoch. Bei z.B. Cyberpunk stehen mit Ultra-Settings und DLSS 3.0 im Schnitt 300 Watt auf der Uhr, häufig steht sogar auch mal die 2 vorne. Verglichen mit den Werkseinstellungen sind das wieder so ca. 70 Watt weniger. Das Undervolting per Curve-Editor generell etwas mehr bringt, zumindest bei meiner Karte, möchte ich noch kurz mit einem weiteren Setting zeigen. Ich habe mal bei 875 mV geschaut, welcher Takt möglich ist und bin bei stabilen 2580 MHz rausgekommen. Das führt zu 173 FPS im Durchschnitt und maximal 316 Watt Leistungsaufnahme bzw. im Mittel während des Benchmark-Runs ungefähr 300 Watt. Diese Einstellung kommt einem Power-Target von 70% ziemlich nah, der HW-Info-Screen sieht sich zum Verwechseln ähnlich und sogar die maximal 316 Watt sind gleich. Allerdings kommt man trotzdem durchschnittlich in der Praxis auf ca. 10 bis teilweise 15 Watt mehr und verliert gleichzeitig 3 FPS. Da liegen jetzt keine Welten zwischen, aber auch hierbei kann man mit manuellen Einstellungen mehr Leistung bei gleichzeitig niedrigerem Verbrauch erzielen. Die einfachere Methode ist dennoch selbstverständlich das Senken des Power-Targets, also wer keine Lust hat, sich großartig mit dem Testing zu beschäftigen, der fährt damit ziemlich gut. Dieses Feintuning bzw. generell Undervolting ist in meinen Augen eine extrem spannende und natürlich effektive Sache, die eure Hardware noch perfekter laufen lässt. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit nahezu jeder anderen Grafikkarte, ihr könnt also diesen Guide ruhig mal selbst ausprobieren. Falls ihr den Ablauf noch ein bisschen detaillierter bzw. geeigneter für Anfänger sehen wollt, verlinke ich euch oben beim i mal meine Anleitung von vor ca. 2 Jahren. Damit sind wir nun am Ende des Videos angekommen und ich bin wie immer sehr auf eure Meinungen gespannt. Lasst also gerne mal einen Kommentar oder Daumen da. Ein Abo und das Aktivieren der Glocke wäre natürlich auch eine tolle Sache. An der Stelle bin ich jetzt raus. Macht's gut Leute, bis zum nächsten Mal. Tschau!